Ich hab Angst. Ach so. Was kommt denn beim nächsten? Nein. Da ist ein Tisch an. Ernsthaft? Ja. Oh, Schwabbeljunge, ganz ehrlich. Ich hab aber keinen Hoh. Ja, blöd, oder? Wer kann denn jetzt Rätsel lösen? Gib nochmal her, bitte. Ich will nochmal lesen. Ich krieg langsam Platz, Angst. Nein. Ich konnte eigentlich gut Rätsel lösen, sagen wir es. Einer von euch muss dieses Rätsel lösen. Nur einer wird darauf kommen, gibt er aber den falschen Code ein. Hättest du mir bitte aufhören, dein Schwabbel zu schlagen? Bild denen, die Rätselmeister, mit Bedacht. Kleiner Tipp, Nacht. Oh! Ja, das sollte aber jemand machen, der das Rätsel lösen kann. Ja, vielleicht sollten wir das mal gemeinsam lösen. Sorry. Viele Köppe sind besser als eine. Äh, wir haben hier sechs mehr. Bist du denn da sicher? Warte mal, wir... Ähm, wir eigentlich sind ja... Ihr solltet mal den ganzen Text lesen. Ihr solltet mal den ganzen Text lesen. Und dann können wir uns beratschlagen. Was haltet ihr von der Idee? Ah, okay. Also, Schwabbel-Boy ist meiner Meinung. Ja. Äh, was für eine Meinung? Dass wir das gemeinsam lösen sollten. Ja, aber im Buch steht doch nur einer, oder? Wow. Nur einer. Gib mal her. Nur einer. Aber wir sollten uns zumindest den ganzen Text ansehen. Okay, einer von euch muss dieses Rätsel lösen. Nur einer wird darauf kommen. Gibt er aber den falschen Code ein. Verschließt sich die Tür wieder. Wählt den die Rätselmeisterin mit Bedacht. Kleiner Tipp nach. Äh, du hast vorgelesen, Sascha, ja? Mhm. Hast du auch weitergelesen? Das sind fünf Seiten, nicht nur einer. Ja, ich weiß, aber ich... Äh, ist das doch einfach immer wie vor. Zweitens, ruhig und ähnlich zur End ist, kommt, doch kommt es hart auf hart, teilt aus. Erste ist. Was? Zweitens, aus zwei werden vier Sterne, doch gibt es vier Sterne. Nicht gibt es keine vier Sterne, sondern nur einen, der zweite im Bunde vier Sterne ist. Vielleicht geht es um die Personen, die hier aufgelistet sind. Moment, sechs Stück. Sechs Köpfe, ja. Ja, es geht um die Personen, die hier zu sehen sind. Bin ich mitzüglich sicher. So, ruhig. Ruhig und ein Stern, 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 ich. Also ich nicht. Na, die da, die ist ruhig. Nö, was so, äh. Dann versuch dein Glück. Rück auf den Knopf. Nachher, nachher löse ich eine Falle aus. Boah. Oh my God. Äh. Okay. Okay. Dann, ich würde sagen, weiter im Text. Ja, okay. Habe ich. Aus zwei werden, doch es gibt... Punkt, 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 nicht gibt es kein... Punkt, 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 sondern nur einer, der zwei da im Bunde ist. Hä? Aus zwei werden, Stern, Stern, doch es gibt es... Stern, Stern. Nicht... Stopp. Gibt es kein... Stern, Stern, sondern nur einer, der zwei... Achso, nur einen. Der zweite im Bunde. Du hast gerade gesagt, aus ein... Ne, was steht als erstes da? Aus zwei werden, Stern, Stern, Stern. Hat denn nicht irgendeiner von euch so ein Buch, wo was drin ist, steht aus zwei werden drei? Ja, das stand, glaube ich, bei mir drin. Wo es dann quasi um uns zwei ging, glaube ich. Ich tippe auf Eid. Dann drück den Kopf doch einfach mal. Das ist dein Glück. Hat gestimmt. Weit darf gehen. Okay. Okay, jetzt sind wir es eben. Okay, oh Gott. Jetzt noch vier Köpfe. Ich hab auch was. Achso... Was kommt denn beim nächsten? Nein. Da ist... Ernsthaft? Ja. Oh, Schwabbeljunge, ganz ehrlich. Jetzt lass ich dich da drin. Warte. Zwei. Zwei. Ja, verklopp ihn mit dem Stein, ist okay. Wow. Kann ich gefüttert werden. Warte, warte. Da. Oh, vielen Dank. Oh, wow. Ey, ernsthaft. Äh. Kölzer. Das eine, das erste, beim dritten, kann ich mir das nur ausmalen, aber... Na, was steht denn da? Ja, zeig mal her hier. Was steht denn da? Oder lese vor. Ja, Bobby aus, lese auch vor. Lese vor. Das erste kann ich nur Stern, Stern sagen. Doch nun, das kann ich sagen, frei, sind Stern, Stern, zu zweit, werte es bei drei. Doch ohne Stern, Stern, zweiten Wert ist keiner drei. Dann Stern, 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 ist allein Nummer drei, Stern, Stern, ist. Hä? Hä? Es ist wieder was mit drei. Gib mal her, gib mal her. Ich will das mal selber lesen. Ich komme darauf gerade nicht klar. Das scheint aber mein Buch zu sein. Das steht schon wieder klar. 23. Äh, also... Nein, 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 zu zweit werden es bei drei, ohne... Keine Leute, dann ist... Hä? Ja. Hä? Bei drei ist... Warte mal, gib mir nochmal das Buch. Ich möchte auch mal das Buch. Äh, wem soll ich es jetzt zuerst geben? Mir. Ich hatte es noch gar nicht. Ich weiß noch was. Ja, dann gib es aber sofort an sie weiter hier, sonst gibt es wieder Streit. Wie im Kindergarten. So. Also wie jeden Tag. Okay. Ja. Was hast du gesagt? Ich gehe mal kurz kurz durch, vielleicht kann man... Ich glaube, die mögen sich. Was? Ja. Ja, du und Schwabbelboy. Warum? Ich mag auch seinen Schwabbel. Äh. Aber ich mag dich lieber. Ich mag... Ich mag dich lieber. Ich mag bloß den Schwabbel. Und dann wirst du Schwabbel. Äh. 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 Sag mal, kannst du die mal wieder reinholen? Hier, was soll denn das? Oh, ich kann... Aber was für ein Schwabbel an Schwabbel magst du am liebsten? Wow. Wenn ich hier stupf's. Äh. 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 Dürfte ich kurz das Buch haben? Äh. Ich glaube, die vier weiß ich. Das glaube, ist flaggy. Bitte? Bitte? Ja, die vier nutzt uns jetzt aber noch nicht. Bitte? Ja, aber wenn ich die anderen nachgehe... Bitte? Warte doch mal jetzt. Bitte? Mensch! Äh. Äh. Ich mach dich nicht. Ich darf's als einziges hauen. Sag mal, hört ihr jetzt mal auf hier? Was soll das denn? Bleib doch mal bei der Sache. Das sind die Pilz-Soppen. Was? Ich hab keine Pilz-Suppe. Ich hab auch. Hey. Freu dich. Also vier. Flaggy fünf bin ich. Ähm. Darf ich mal bitte das Buch? Warte doch jetzt mal. Was ist das? Ich wär aber jetzt... Wow. Und gleich hebt die Pilz-Suppe ab, oder wie? Ah. Also wir haben... Wir haben einmal Cassie gedrückt, ne? Ja. 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 Dann haben wir ein Ei gedrückt. Ja. 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 So. Da... Tyworks die Nummer sechs ist... Ähm. Flaggy die Nummer vier? Ne. Doch vier. Ähm. Sechs ist doch... Teilwegs. Grüß. Die fünf bin ich. Vier ist... So. Flaggy. Wir haben jetzt... Mhm. Dann kann... Ja. Warte mal. Wir haben doch... Hä? Warte mal. Wir hatten bei dem ersten Rätsel doch ges... Ruhig und... Das erste ist Cassie. Genau. Sie war ruhig. Dann drittens... Äh ne. Jetzt werden's... Aus... Zwei werden... Das bist du. Ja. Ja. Dann bleibt ja eigentlich nur hier, ne? Unser... Unser Schmuckstück hier. Also... Iks Schmuckstück eigentlich. Jeey. Was? Jaja. Ike war ja die Nummer... Ja. Dann... Dann ist sie die Nummer drei. Woll. Wenn ich deinen... Deinen... Deinen Schlussfolgerungen folgen kann. Hast du gedrückt? Ja, dann drück mal. Ja, hab ich. Hartzig. Oh mein Gott. Dann... Vier... Ist laggy. So... Dann ich? Äh... Jetzt holt sich das wieder zu. Irgendjemand... Hä? Äh? Wir haben was falsches gedrückt, glaube. Ja, irgendjemand hat auf den Knopf da oben gedrückt. Äh... Habt ihr nichts gemacht? Ähm... Was habt ihr jetzt alles gedrückt? Ich habe... Cassie gedrückt. Ich hab Ike gedrückt. Und ansonsten hab ich grad keinen noch gedrückt. Dann... Ähm... Ich... Und... Tyrex. Hm? Nö... Ein Block fehlt. Drück nochmal Tyrex. Vier... 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 Tyrex, bleib nochmal weg. Dann... Nein, dann stimmt irgendwas nicht. Doch! Mischung... Bla bla bla... Erst gewinnen... Einer... Jeder... Es muss... Von... Tyrex bekommt jeder... Da fehlt sich drauf. Ich drück' nur auf den Knopf, weil dann... Ja doch, dann geht's wieder zurück. Warte. Warte, nein. Ich drück' nochmal die hier... 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 Also Cassie? Ja. Stopp. Ah, ich weiß... Äh... Warte, 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 warte. Äh... Wir haben Sissi, wir haben... Dann... Maggi? Darf ich mal... Nein, das stimmt nicht. Darf ich mal bitte das Buch... Ich weiß ja, wie er... Gemeint ist. Ne... Ja, was steht denn jetzt genau auf dem Buch? Ne... 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 es muss doch falsch sein wenn das wieder zu geht die ganze zeit ich bitte kurz mal durchlesen wasser wie das meer gefangen hier gefangen da der vierte im bunte das ist damit mit blacky gemeint ich bin nicht mehr da wo bist du darf ich bitte kurz das buch haben jetzt gibt jetzt gibt es gibt mir doch mal eben eine kurze buch danach kannst du es ja wieder haben ist gleich die krise ja dann gibt mir doch mal der vierte ist ich will sie nur kurz durchlesen sie willst doch nur durchlesen du kriegst es ja danach bin ich weiß nicht gemeint beste erklärung ever weh nimmst du immer als viertes haben wir das zusammen oder wie das erste ist zweiter ist definitiv mehr drück mal bitte noch nicht denn das sind trittens bist du weil wir dich befreit steht fest im vierten steht steht doch was mit blau blacky ist aber nicht blau ja den einzigen blauen den ich sehe ist das da unser schwabbeli ja dann gucken wir das mal ja das stimmt das war ja aber auch von sind fast offen ne da ist immer unten ja dann da ist tie rocks komm mal da raus okay dann ist das das aufgegangen anstatt oben das weg ist unten das weggegangen das schien wohl falsch zu sein dadurch ist das immer wieder zugegangen so jetzt fünf das nächste fünf bin ich und dann kann nur noch blacky sein wieder erinnerung ich bekomme platzangst leute ich habe hier irgendwas mit fragezeichen bekommen oder hä fragezeichen hier komm mal mit hier raus bevor sie jemand anderes einsammelt davon habe ich zwei stück das sind wieder wie draußen so eine komischen dinge ich würde sagen das nennt sich schlüssel okay oder ein bisschen mit hebelwirkung ähm hat jemand fernkampf ähm ähm nee nein nicht nicht hauen hab ich nicht vor äh 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 die sind ja die sind ja die machen ja nichts wenn äh nur wenn du was dafür so schlägst äh wer war da so gierig äh soo äh 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 warte mal warte mal was äh was waren jetzt da oben noch drin ich hab bloß diese äh komischen hebeldinger gesehen wieder ein buch von mir aber was steht denn da drin es ist nicht das was es scheinen mag gedankentricks manipuliert werden das böse beherrscht uns rote augen dunkel personen große gebäude gefahr ich kann dich auch schieben hier kommt ihr mal hoch und hört mal zu was sascha zu sagen hat ich soll ja schon mal vorlesen und wenn die ja wieder irgendwo ein pilz ist irgendwo anders worden es ist nicht das was es zu scheinen mag gedankentricks manipulation in unseren köpfen wir werden manipuliert werden das böse beherrscht uns rote augen dunkle personen große gebäude gefahr welten von vielen gefahren lauren überall realität oder träume wasser eis sand bäume lava hölle viele monster götter nicht real jeder der sich gegen sie stellt stört vielen kann man nicht vielen kann man nicht also wenn das nicht real ist tut das weh hey wirst du wohl auf also ja schau dich dort nicht also tat's weh gut äh vielleicht und du ne kann es was können wir doch machen was denn du kannst alles mehr ausprobieren ob das wehtut ja das tut weh heißt es und wenn ich das jetzt nochmal mache wenn das ist nicht wenn das hier jetzt nicht real ist dann dürfte er ja gar nicht sterben ähhhh das nein 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 Das ist mein Lieber... Wenn... 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 Okay.